Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeyStars, die DAX-Anbieter für Mittwoch, den 23.08.2023 und unser DAX hat sich ein gutes Stück oben rausgeschoben, sah quasi richtig kräftig aus und dann hat es Patch gemacht und es ist aber ein Fast, könnte man, könnte ich theoretisch ausschneiden, mal als Erklärvideo machen, wie man mit unseren Analysen arbeitet, denn die Analyse, die wir gestern gemacht haben, das ist so eine klassische Analyse, wo immer die meisten drüber lachen halt, ne, dieses, ah, was soll ich denn damit, kann steigen, kann fallen oder kann, äh, zur Seite gehen, na, klasse, toll, was soll ich damit anfangen, wenn man sich aber wirklich mal hinsetzt und die gestrige Analyse in diesen drei Punkten eben anguckt, die wir besprochen haben, eben dieses Aufwärtssinnachung, dieses Abwärtssinnachung, wie die eingeleitet werden, was haben wir gesagt, wenn er runter will, zeitigen Stoß unter 630, 600, früh, gleich, früh, direkt runter, sonst wird das nix. Der ist gestartet, der war auch nicht unter 630, ist auch nicht unter 630 gegangen, das heißt für Short erstmal gar keine Basis, denn alle beiden anderen Szenarien haben ja gesagt, entweder aufwärts oder hier nochmal ein hoch drüber, über 720, 750 haben wir gesagt, ja, so, wir hatten gesagt, dieses Aufwärtsszenario, wo richtig Krawall-Meetzi Richtung 59 macht, dafür hätte er über 700 starten müssen, also, um mich positiv zu überraschen, hat er auch nicht gemacht. Also, was hat er gemacht? Er hat dieses Seitwärtsszenario angespielt, was ich besprochen habe, wo er einfach sich wieder höher schiebt, 727, 750 reinläuft oder die 780, 800, was ja auch eine große Passion sein sollte, von der er dann wieder richtig nach unten wegstrahlen kann und boah, was hat er gemacht? So gelaufen nach 800 und hat sich wieder komplett zurückfallen lassen. Also, perfekt in diesem Szenario, wenn man denn diese Szenarien für sich auch unterteilt hat und mit dieser Bedingung, dieser Einstiegsbedingung einfach mitgearbeitet hat. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele da wieder dagegen gehauen haben und ich finde das übrigens sehr interessant. Wir haben vor 1, 2, 3, 4, 5 Tagen gesagt, dass insbesondere diejenigen, die hier immer schön gegen die schnellen Kerzen gegenklopfen, ja, die letzten Wochen und Monate richtig verwöhnt wurden und dass der Markt aber sich dahingehend ändern, erinnert euch dran. Im Tagesschart habe ich gesagt, sobald der Markt unten aus dem Band, hier, das muss die Kerze gewesen sein, gleich gesagt, sobald der Markt unten das Band rausstreckt, dann fängt er in der Regel an, das Bewegungsverhalten zu ändern. Ja, dass er anfängt, mehr zu trenden und mehr, 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 mehr zu knallen und weniger Fehler zu verzeihen. Das wird wahrscheinlich, wenn er so weitermacht, wird es noch schlimmer werden. Also wer da merkt, dass es die letzten Tage im Setup nicht geklappt hat, bereitet euch vor, dass das sogar noch schärfer werden kann und sieht für euch die richtigen Konsequenzen. Ja, weil das ist ganz, ganz, ganz typisch, dass man das hier wieder sieht jetzt halt, ne, und das spielt eigentlich sehr gut mit und dieses Mitspielen, was er macht, zeigt mir eigentlich eher fast, dass er nochmal unten raus will und vielleicht sogar gar nicht mal unbedingt an der 63 sich zufrieden gibt dann. Mal gucken, müssen wir auf jeden Fall sehr beobachten, aber es ist auffällig momentan, ja, dass die, diese, diese Knallerkerzen, wo sind zumal alle, also auch bei uns im Chat ist das immer wieder auffällig, ne, kommt eine schnelle grüne Kerze und alle direkt Shorttag rein. Gleich früh, neun Uhr, acht Uhr, egal, so ab 14, 30, vollkommen egal, sobald die schnelle Kerze kommt, wird dagegen geklopft und buf, das funktioniert halt in so einer Range gut. Das hat seit April super geklappt, ne, wer, wer so handelt, der ist total überzeugt davon, dass das, dass das richtig gut ist und dann kommt aber wieder eine Trendphase, eben eine Phase, die nicht so funktioniert hat, wie das, was seit April war und dann kriegen die halt richtig auf die Fresse, die Leute und es ist manchmal ganz gut, wenn man eher früher als später dann eben auch umschwenkt und sich's auch bewusst macht. Deswegen hab ich mir sehr viel Mühe gegeben hier vor, keine Ahnung, vor einer knappen Woche, da drauf hinzuweisen, dass man da ein bisschen aufpasst, auch auf sein Setup. Momentan ist er noch sehr gnädig, er dreht immer wieder um, ja, hat jetzt eigentlich jeden Tag immer wieder eine harte Umkehr drinnen, um diese Leute halt auch, die vielleicht kaskadieren, wieder zu begnädigen, aber das wird sich ändern. Das wird sich ändern, wenn er uns jetzt wieder unten wegkippt und deswegen passt er einfach ein bisschen auf, ja, wenn unser DAX zum Mittwoch schon nach unten den Puck macht, dann kann das ein bisschen ruppiger auch langsam wieder werden, ja, da sollte man sich drauf einstellen. Muss nicht, aber kann. Deswegen, negativste Nachauf. Für mich wäre, wenn unser DAX unter 15.600 zurückfällt. Nicht mal 6,50. 6,50 wäre für mich sogar im Sinne eines bullischen Aufdrehens noch legitim. Wenn der jetzt 6,50, 6,20 hier nochmal reinmacht, dann hat der irgendwie 61, 76 Prozent davon ausgedreht, der kann sich easy auch wieder hochdrehen auf die 700, dort ein bisschen zur Seite laufen und dann nochmal in den Donnerstag in ihren richtigen Stich nach oben landen, ja. Er müsste wirklich klar, deutlich 6,50, 6,20 nach unten passieren, auch wieder unter die 600 runter und unter 15.600 wäre für mich dann halt auch wieder Risiko. klar, klare Risikopositionen im DAX, weil wir von dort wieder unsere 5,50 erreichen, die 4,60 erreichen können und die 3,60 erreichen können. Ja, deswegen ist unterhalb von 5.600 für mich quasi so ein bisschen wie, ich würde nicht sagen, Long-Verbotszone klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so würde ich es für mich persönlich handhaben. Also ich persönlich hätte da keine Lust auf neue Long-Positionen. Muss man natürlich gucken, wenn er da reinsticht und direkt wieder ankommt und sich über das 700, ist das das andere. Aber solange er unter 600 bleibt und dann da abwärts treibt, das wäre für mich Worst-Case-Szenario momentan. Und dann könnte ich mir eben auch eine sogenannte Trendbeschleunigung vorstellen, das, wovor ich hier so ein bisschen, oder das, was ich gerade so ein bisschen eingeleitet habe. Dieses Aufbeschleunigen, dieses Tempo machen, dieses keine Fehler mehr verzeihen, die Leute halt wirklich, die die ganze Zeit dann gegen die Bewegung hauen, dass die sich dusselig und wundtraden und am Abend immer noch in ihrer Minusposition hängen und dann irgendwann anfangen, diese Stops, die sie diszipliniert durchgezogen haben, dann wieder rauszunehmen und rauszulöschen und vor sich herzuschieben und dann doch nochmal nachkaufen, obwohl man das eigentlich gar nicht mehr machen wollte, weil man sich das abgewöhnt hat und dann doch wieder und puf und ein Stück ganz raus, weil man dann panisch wird. Da einfach ein bisschen aufpassen. Die Leute, die für sowas anfällig sind, die müssen hier unten aufpassen. Das ist, unter 600 sind die Leute gefährdet, wenn sie nicht mit dem Trend mitgehen. Man kann ja auch mit dem Trend mitgehen. Ja, aber einfach ein bisschen im Blick behalten, wenn er denn dahin kommt, wenn er denn dahin kommt. Das muss er aber auch erst mal machen, denn so viel die Bewegung zurückgekommen ist, ist das gar nicht mal so schlimm, denn wir sind wesentlich langsamer gefallen, als wir gestiegen sind. Sollte sich unser DAX daraus jetzt wieder aufdrehen und über eine 37 wieder ansteigen, eigentlich würde es schon fast an der 27 reichen, kann der locker nochmal 15.800 erreichen. Und wenn er an der 15.800 steht, macht er auch nochmal einen Hoch da drüber. Das wird dann wahrscheinlich 15.830, 15.850 werden im nächsten Anlauf, kann dann aber auch easy bis Tagesschluss auf eine 49.950 verlängert werden. Ja, deswegen oberhalb von 27.37 ein bisschen aufpassen. Und das gilt auch, wenn unser DAX zum Start tief reinkommt, 6.50, 6.20 ist zügig stabilisiert, wieder über die 700 zurückkämpft und dann über 27.37 geht. Einfach aus dem Grund, weil der hier langsamer abgeflacht hat. Das kann ein Anzeichen dafür sein, dass momentan temporär erst mal noch etwas mehr Käuferinteresse da ist wie Verkäuferinteresse. Verkäufer sind da, aber die Käufer haben mehr Interesse, sie haben mehr Wirkgewalt. Und deswegen würde ich ein bisschen aufpassen, wenn unser DAX sich hier stabilisiert, wieder auftritt, wobei von 27.37 würde ich eher nochmal mit 800 und 9 hochs darüber rechnen. Ja, und deswegen wird für mich eigentlich das hier Entscheidungszonen. Diese 6.50, 6.20 da unten, ich glaube, das wird Entscheidungszonen zum Mittwoch. Wie gesagt, gehen wir durch, gehen wir auch unter eine 600. Muss das nicht heißen, dass der am Mittwoch schon komplett ausrastet unten. Aber rein aus der charttechnischen Perspektive hatte das Potenzial, da unten anzufangen, Stress zu machen, weil er dann anfängt, Stress auf die Aktionärer, die Inhaber von ETFs und so weiter auszuwirken. Ja, wenn er sich jetzt vertütet, Schwäche zeigt, Erholung wieder abwirkt, der Aufwärtstrend ist schon mal angeknackst hier vom Tief. Der hat schon einen Knacks. Wenn da jetzt noch rote Kerzen kommen, die ein bisschen Stress machen, dann kann der relativ schnell auf das Tief wieder reichen. Ja, also das einfach ein bisschen vom Hinterkopf. Aber, wie gesagt, ganz so gravierend, so schlimm ist es jetzt, Stand jetzt noch nicht, gibt es sich Mühe, kriegt es sich gedreht, ist easy auch nochmal an der 15.800 und mehr möglich. Und wenn er bei 800 steht, ist 49, 59 schon fast Pflicht. Na, da wird da auch nicht großartig drumherum kommen. Ich weiß nicht, wo wir landen, wenn wir hier abwärts drin ziehen. Sollte man aber auch vielleicht auch mal mit im Blick behalten, über die kleine Achse hier. Ja, also wenn er jetzt hier 1, 2, 3, beim nächsten dann durch und höher, also hätte ich schon das Zeug, dann auch mal mehr noch raus zu prügeln. Ja, deswegen wirklich spannende Situation, interessanter Bereich. Und ich denke, man kann es mit, wenn man sich auf die 27, 37 oben fokussiert, unten die 650, 620 ein bisschen genauer anguckt und unter 600 auch Konsequenzen für sich selber im Trading zieht, dürfte man so wird auch eigentlich ganz gut dabei sein. Gut, ich hoffe, ihr könnt was für euch mitnehmen. Punkt, Ende aus, ich mache jetzt so, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.